So, willkommen bei Part 4, wenn ich richtig rechte. Ähm, wir sind jetzt hier durch den Keller durchgelaufen. Ähm, jetzt müssen wir wahrscheinlich den... Also wir sind der Einhund schon ganz nah. Haben uns fast von einem riesen Rad oder was das da erschlagen lassen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt sind wir hier in einem ganz engen Flur, würde ich mal sagen. Hörst du, Struppi? Wir sind endlich draußen. Sei vorsichtig. Auf einmal kriegt der Hund einen Stromschlag. So. So, mhm. Okay. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was machen. Wurde mal müssen die damit hin... BAM! Das nächste Mal genau so, wie ich das sehen, Tim. Richtig gemacht. Jetzt pass mal auf, jetzt mach ich das mal so. So, jetzt nenne ich mir das hier mal. Geh damit hoch. Und voll auf die Rübe. So, nicht mit mir, Leute. Äh, jetzt bin ich wieder unten. Na, klasse. Das hat's jetzt nicht gebracht. Nochmal. So. Äh, okay, ach, ah, okay. Ah, okay, wissen wir hier so, wie James Bond, oder wir müssen, wie, wir sind impossible. Wissen wir uns jetzt hier so durchhangeln? Bestimmt so, oder? Okay, das ist das Verschlossene. Greif den Rand des Loch, um Struppi hindurch zu schicken. Hä? Greif den Rand des Lochs, um Struppi hindurch zu schicken. Hm. Wie mach ich das? Alter, das blick ich jetzt nicht nochmal. Ja, jetzt geht der Trottel. Ich zähl auf dich, Struppi. Auf geht's, Falsi. Okay, jetzt muss quasi wieder Struppi wieder die Drecksarbeit machen, klar. Ähm, was machen wir hier? Ui, hier sind die Ratten. Kusch durch. Zerfürzen. So. Ja, toll, ich komm mich jetzt nicht damit klar. Bist ein großer Schlüssel, oder? Hätte ich jetzt mal behauptet. Tja. Okay. Bravo, Struppi. Super gemacht, Struppi. So, jetzt haben wir den Riesen-Schüssel. Mal gucken, ob der Auto das Schloss durchpasst. Super, klasse. Jetzt geht's jetzt mal. Das, n***chen, bitteschön. Hälfte gern dabei. Und du auch noch, Kampf? So. Ihr Särwürzen, ihr Särwürben. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier durchdurchklappen. Plump. Jetzt sind wir denn zum blöden Gefass. Ja, geil. Hat doch jetzt keinen Sinn. Also. Ja. Dann putze dir das nächste Mal, du Arsch. Bis wo ich dich zusammenhause. So, dann machen wir jetzt das Mal hier raus. Juhu. Ich hab ein Krabbe-Nummer-O. Ich hab ein Krabbe-Nummer-O. Sex. So, jetzt muss ich... Ja, natürlich. Hä? Verdammt, nein. Da war ich da vorhin... Boah, Leute, ich werd hier verrückt. Hast du jemanden die Silber-Politur gesehen? Ja. Ich würd's auch mal gern sehen, dass ich hier rauskomme. Ah, okay. Perfekt. Hui. Ah, jetzt bin ich quasi im Boden unten. Unter dem Boden, natürlich. Das ist so eine schwere Arbeit, die die hier verbringen müssen, sieht das natürlich nicht aus. Abendessen, kommt schon. Wie das... Wie da dran liegt, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist lol. Das ist richtig lol. Ähm... Du musst auch Abendessen, ein bisschen Nachspeise. Batsch. Wie die beide dran liegen, hey. Na ja, Bitch. So. Natürlich nicht. Ähm... So, jetzt müssen wir hier hoch nochmal. Au. Mhm, warum wohl? Aber in Strapsen. Wohlgemerkt. Meine werte Herren. So, den zweimal auf die 12. So. Hey! So, du kannst auch das fliegen. Du auch noch, komm. Und du fliegst erstmal eine Runde. Tüt, tüt. So. Jetzt passt mal auf. Oh, das war natürlich schlau. Oh, ich werde krank. Ich habe einen leichten Husten heute. Aber das ist auch das Wetter, oder nicht? Zuerst denkt man, es wird's warm. Ja. Und dann auf einmal... Ach, einen Tag danach ist es schon wieder so kalt, dass man denkt, scheiße, ich müsste dann wieder die T-Shirts wieder in den Schrank tun. Und schon dann bist du ja erkältet. Ha. So. Ich habe hier eine Stress-Puzzle. Ha. Oh nein. Oh mein Gott. Halt einfach das Maul an mich, ja. So. Jetzt fahren wir den modernen Aufzug runter. Ich muss diesen Salon finden. So. Halte RT gedrückt, um die Lampe einzuschalten. Ah. Let's go, baby. Okay. So. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Ja. Scheiß ein Dreck, hä? Was macht man nun? Also wir halten dies mal auf und gucken jetzt mal... Aber echt geiler Effekt. Den muss man echt sagen, das Spiel ist nicht ohne. Und wie lange arbeiten wir jetzt schon hier? Da unten? Das ist eine Scheißarbeit. Ach, übrigens. Haben Sie schon mit dem Gärtner geredet? Der Gärtner war es, ganz klar. Immer. Immer der Gärtner. Das wirst du doch sicher. Jetzt pass mal auf. Was mache ich vor? Batsch. So. Ruhe hier. Ah. Okay. Okay, das war ein klasse Wurf, muss ich echt sagen. Mhm. Was ist denn das denn jetzt? Grüne Bienen? Okay. Okay. Na gut, wenn die Methode auch so gehen würde bei manchen Menschen, die man wie gesagt nicht leiden kann, halt das Licht drauf und weg ist die Person. Ich glaube, da können wir viele mal sagen, zum Beispiel, wenn man bösen Chef hat, hey Chef und zack, weg ist er. Ey, ich drück doch schon nie blöd. Werden gehen noch? Mal gucken. Ah, das ist ja praktisch. Cool. So. Okay, jetzt sind wir... Boah, jetzt geht er weiter. Oh Gott, ich seh fast nichts, Leute. Also das Haus ist echt riesig, muss ich mal so sagen, hey. Ich finde der fast nicht mehr raus. Und das ist nur ein einziger, der hier drin wohnt eigentlich. Ihr, verpisst euch mal, ihr Schmalzfliegen, hey. Ich muss da hoch. Okay, dann geht's wahrscheinlich hier weiter. Ach, sieh, hab ich echt schießt, dass ich runterfliege, bitte, hey. Okay. Okay, wir gehen gleich mal mit. Okay. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder die Säge wegtun. Immer erst gucken, was mich hier oben und unten erwartet, weil ich hab keinen Bock, dass ich einfach... Okay. Boah, das ist doch riesig, ey. Komm ich auch mal raus? Verdammt, ich kann nicht halten und gleichzeitig drücken. Das ist ein bisschen doof. Oh, noch mehr Insekten? Schmalzfliegen! Maul halten! Und abhauen! Abhauen, abhauen! Aha. So, jetzt nochmal hier hoch. Ah, hier ist eine Kiste. Juhu! Vielleicht krieg ich jetzt irgendwas Tolles. Außer ne... Äh. Schon wieder da. Ich hab, Mann. Erstmal mit ne hellerer Lampe oder sowas, ihr Vollidioten. Äh. Au! Voll in den Bienenscharm reingesprungen. Natürlich. Dürft ihr auch immer machen. Einfach in den Bienenrahmen, genau. Bienenschwarm reinspringen. So, hattet ihr euch auch mal so ein PC-Spiel, wo ihr nicht ablassen konntet? Wo ihr dachtet, Mann, das muss ich jetzt zu Ende kriegen. Das muss ich jetzt schaffen. Ich glaub, bei mir war das früher, boah, ich glaub, FIFA 99. Kennt ihr das noch? Boah, das Spiel hab ich geliebt, ey. Und ich hab es echt gefeiert. Ich hab das, glaub ich, ohne zu lügen, ich glaub, ich hab das FIFA 99 gespielt, bis FIFA 2000, äh, 2001 rauskam. Und ich hab echt nur mit vielen Zeiten erlebt. Legst nie im Arsch, du. Nein, jetzt komm ich... Ey, Leute, ich blick hier nicht mehr durch. Äh. Was war das denn? Ja. Genau. Mhm. Ui. Bäm. Das sah ein bisschen mehr... Nein. Ui. Da müssen alle ich jetzt hier klicken. Verdammt, Mann. Was muss ich denn da machen? Wunder. Wo ist nur der Marinesalon? Mein Gott, das ist doch... Das Ding ist zu groß. Das stört voll, wenn man den Dauntier drücken muss, die blöden Dauntier nicht weiterlaufen kann. Ja. Ja, witzig. Und nun? Oh, leutig. Guck mal, wer da schon waren. Nein, es geht wieder bergauf. Perfekt. Es scheint schon... Es scheint schon mal weiter zu gehen. Wurde ich trottel, ich war da schon vor... Ne, klar war ich da vorne. Oh. Jetzt drehen wir mal das zweite Mal. So. Ich bin so doof. Halt. Habe ich ver... Jetzt habe ich vergessen. Also noch mal. Drehen, 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 drehen. Halt. Ich will mit. Nein. Du Vollhorst. Nochmal. Leute, wenn es... Also, wenn es heutzutage auch noch gibt, solche Aufzüge, wo man noch selber noch drehen muss, dann... Meine Güte. So, wo bringt dich das Ding jetzt hin? Ich glaube, hier war ich jetzt noch nicht. Oder komme ich da gerade eben her? Warte mal. Warte mal. Ne, eben nichts geht mir noch höher. Schaut mal. Halt. 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 Ne, da waren wir jetzt noch nicht. Jawohl. Es scheint schon mal gut auszusehen. Auszuschauen. Ja, toll. Oh, Leute. Okay, da waren wir noch nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Meine Güte, hätte ich so einen Keller, hey, zu Hause? Ich würde mir eine zweite Wohnung anrichten unten, ohne Witz. Und nicht so riesen Räder. Okay. Was mache ich jetzt? Ja, okay, wie komme ich da hoch? Okay. Okay. Äh, äh, äh. Ich kann mich da hier hin abstellen. Abstehen? Ja, hm, toll. Ich bin, ich bin, ich bin so deppert, ey. So, jetzt passt mal auf. Also. So, Nummer 1 haben wir. Okay. Ich glaube, wir kommen dem Ziel immer näher. Ich muss hier runter. Scheiße. Ich will doch hier runter. Damit ich ja runter. So. Ziel Nummer 2. Leute, es geht bergauf. Wir kommen, wir kommen wieder raus. Ich freue. Aber das ist ein bisschen, oh, ganz schön riskant aus. So, jetzt geht's wieder hoch. War das jetzt falsch oder war das jetzt richtig? Jetzt bin ich gespannt. Nein, das war richtig. Geil. Juhu. Nein, ich flotte da durch. Seppel. Okay, nochmal hoch. Reißen Sie sich doch zusammen. Genau, reißen Sie sich doch zusammen. Äh, zusammen. Scheiße. Nein, ich hoch. Krieg ich auf die Fresse erstmal. So. So, dann kommst du auch mal dran. Komm, weil das lieb. Okay.